Echt jetzt mal? Nein, nicht graben. Kannst ja gerne wieder hinbauen. Momentan ist die Zwergen-KI echt für den Eimer. Man gucke sich nur das hier an. Zombie hackt da rum, keiner kommt, keiner macht was. Das Haus ist kaputt. Die hacken da oben drauf rum, so lange, bis das Haus wirklich kaputt ist. Die auch. Und die erstmal. Die laufen da rum. Hier, bauen sie noch irgendwas. Immerhin ist der Boden ganz geblieben. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Mal sehen, wie sieht es hier aus? Ich hab nur sechs Zwerge. Ich will kein Portal öffnen. Nöööö? Was denn hier los? Bau doch mal einer Boden hin. Alter, geh schlafen. Ups. So, dich übernehme ich mal eben kurz. Weil es gibt ja so ein paar Arbeiten, die keiner macht. Ach, nö. Was habt ihr mit denen gekillt, ihr Flachwichser? Echt jetzt? Was soll das? Warum verschwinden die Skelette nicht endlich? Meine Zwerge greifen sie ja nicht mal im geringsten an. Ach, ehrlich. Und die Wärme in diesem Zimmer langsam geht mir auch tierisch auf den Keks. Apropos, wer kämpft da eigentlich gerade? Toll, einer von den neun. Nein! Ausrüsten! Aha, geht doch wohl nicht hier. Meine Goldausrüstung ist auch verschwunden. Er ist Magier. Geben wir ihm erstmal ein Schwert. Er muss erstmal draufhauen. So. Okay, du. Was machst du jetzt? Ah, du greifst... Greifst du jetzt an? Die beiden da? Die da schon seit Ewigkeiten rumkloppen? Geht zum Lager für Ressourcen? Nein, du machst doch jetzt nicht das, was ich denke. Okay, er baut den dicht. Ja, er greift sie an! Oder? Greift er sie an? Wo sind eigentlich die ganzen Imps hin? Er ist Magier. Gut. Magier-Stab. Trillhelm mit Trillschuhe. Und er kriegt ne Magier-Tasche. Hey, das ist Belegond! Hey, da dachte ich mir doch, dass ich den irgendwoher kenne. Schmied? Odin? Hm. Sind ja schon wieder einige Sachen wieder reingekommen. So, Äxte und Spitzhacken zum Beispiel. Geben wir dem mal das Schwert. Odin. Toll. Muskatblüte. Koch. Der hat ja gar nichts. Silberrüstung, Silberhelm. Nein. Doch. War richtig. Oh. Der sollte mal schlafen gehen, Logan. Alter Logan! Logan geht doch schlafen! Ja. Ich bin nur noch peinlich, weißt du das? So. Klick. Ich hab jetzt nicht alle ausgerüstet, aber... Ey, könnte die mal irgendjemand fertig machen? Du vielleicht? Irgendwer? Die hauen da einfach auf ne Tür ein. Viele Zwerg. Geh schlafen. Geh schlafen. Übernehmen. Übernehmen? Geh essen. Geh schlafen. Hallo? Wähle Zwerg. Such den Weg. Ich kann den auch nicht übernehmen oder sowas. Jetzt konnte ich einen übernehmen. Geh schlafen. Ah. Geh schlafen. Alter! Die greift einfach keine Sau an. Keiner greift die an. Und ich kann die auch nicht angreifen. Doch! Jetzt! Geht doch! Echt jetzt. Obwohl... Der sollte schlafen gehen. Mal sehen. Wie sieht's hier aus? Hm, das war keine so gute Idee. Geh durchs Portal. Oder lauf weg. Aber lass dich nicht umbringen. Und du? Was stehst du da rum? Wow, da gibt's sogar einen. Der ist mutiger und hat nicht mal ne Rüstung an. Der läuft quasi nackt gegen den Feind. Wahrscheinlich ist es Tetris. Oder Casey. Einer von beiden. Die haben nicht mal ne Rüstung. Hier, jetzt kriegt der zumindest mal nen Helm. So. Ich war evil. from people to thing Und do who nói Bis zum nächsten Mal.